Interessiert daran, uns zu treffen und über eine mögliche Zusammenarbeit zu beraten. Wir leben in einer zivilisierten Gesellschaft. Wir leben in einer zivilisierten Gesellschaft. Experience This experience will always remain in my memory. This experience will always remain in my memory. This experience will always remain in my memory. Afterwards We will taste it afterwards with a homemade cream cheese. We will taste it afterwards. Wir verkosten es nachher mit einem selbstgemachten Frischkäse. Pass Ignore Skip Übergehen Übergehen Let's pass consistently to the southern direction. Wir werden konsequent zur Südrichtung übergehen Wir werden konsequent zur Südrichtung übergehen Rage Fury Wut Wut Aber nach einiger Zeit unter ihnen waren diejenigen, deren Wut war nicht mehr so kraftlos. Die Synchronisation können Sie über das Kontextmenü aufrufen und durchführen. Die Synchronisation können Sie über das Kontextmenü aufrufen und durchführen. Diagonally Sideways Across Quer 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 Recommended mounting arrangement and load data across and along the groove Einbauempfehlungen und Belastungsangaben quer und längst zur NAT Einbauempfehlungen und Belastungsangaben quer und längst zur NAT Er ist der Kapitän eines Teams Er ist der Kapitän eines Teams Be connected Relation Related to Zusammenhängen Zusammenhängen The murder case may bear a relation to his sudden death Der Mordfall könnte mit seinem plötzlichen Tod zusammenhängen Foreigner Ausländer 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 I've never been spoken to by a foreigner before Ich bin noch nie bis jetzt von einem Ausländer angesprochen worden Ich bin noch nie bis jetzt von einem Ausländer angesprochen worden Employee Employees Beschäftigte Beschäftigte Ten employees of the company employed at the end Zehn Mitarbeiter beschäftigte das Unternehmen am Schluss Zehn Mitarbeiter beschäftigte das Unternehmen am Schluss National Division League Bundesliga 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 The Bundesliga is one of the best leagues in Europe Die Bundesliga ist eine der stärksten Ligen Europas Die Bundesliga ist eine der stärksten Ligen Europas Approach Nähern Wir bieten erstklassigen Service und nähern jeden Kunden individuell Foul. Bad. Übel She has a bad reputation Sie ist übel beleumundet Shore. Bank Ufer Then there was populated the right bank of the river Nachher wurde das rechte Ufer des Flusses besiedelt Density Dichte Dichte We do not expect this density of training opportunities in the overseas markets Diese Dichte an Ausbildungsmöglichkeiten erwarten wir in den Überseemärkten nicht Dichte an Ausbildungsmöglichkeiten erwarten wir in den Überseemärkten nicht Before Ehe Ehe He used to play football before his marriage Vor seiner Ehe spielte er Fußball Vor seiner Ehe spielte er Fußball Radiation Strahlung 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 Ist außerordentlich schwach Virus 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 The virus is starting to mutate Der Virus fängt an zu mutieren Der Virus fängt an zu mutieren Kontinent 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 Ist der bevölkerungsreichste Milligramm 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 Each milligramm of Chitosan absorbs five times its weight in fat Jedes Milligramm Chitosan absorbiert fünffache seines Gewichts in Fett Schwedisch 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 is easy Schwedisch ist leicht Schwedisch ist leicht Schwedisch ist leicht Sexual Sexuell I have had many patients who have been subject to sexual abuse from elder siblings. Viele meiner Patienten sind von älteren Geschwistern sexuell missbraucht worden. Here Hierher I came here when I was a kid. Ich kam hierher, als ich ein Kind war. Ironic Ironisch Ironisch Jump Sprung The jump into the cool water is a relief at 36 C temperature. Der Sprung ins kühle Nass ist bei 36 Grad Celsius Außentemperatur eine wahre Voltat. For the present, for now For now For now I am not undertaking very much. Ich unternehme vorerst nicht besonders viel Ich unternehme vorerst nicht besonders viel Experimental 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 The activated structure, however, can hardly be accessed experimentally. Die aktivierte Struktur ist experimentell jedoch schwer zugänglich. Die aktivierte Struktur ist experimentell jedoch schwer zugänglich. Cool Cool It was cool in the shade of the trees. Es war kühl im Schatten der Bäume. Es war kühl im Schatten der Bäume. Painter Maler Maler The painter died young. Der Maler starb jung. Opposition Opposition The opposition are now calling for a motion of no confidence. Die Opposition fordert jetzt einen Misstrauensandreck. Hall Saal The hall is slowly sinking into the impalpable darkness. Der Saal versinkt langsam in unfassbarer Dunkelheit. Der Saal versinkt langsam in unfassbarer Dunkelheit. Syrian Syrisch Syrisch The Golan is Syrian, and yet all of the West is defending that policy. Der Golan is syrisch. Trotzdem verteidigt der gesamte Westen diese Politik. Der Golan is syrisch. Trotzdem verteidigt der gesamte Westen diese Politik. Principle Grundsatz Grundsatz Up to now, this principle has applied almost without exception. Bislang galt dieser Grundsatz nahezu ausnahmslos. Praise Loben 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 The work should praise the master. Das Werk soll den Meister loben. Das Werk soll den Meister loben. Approval Consent Zustimmung Zustimmung I interpreted your silence as consent. Ich habe ihr Schweigen als Zustimmung gewertet. Ich habe ihr Schweigen als Zustimmung gewertet. Intention Absicht 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 I had no intention of living in a large city from the start. Ich hatte von Anfang an nicht die Absicht, in einer großen Stadt zu wohnen. Ich hatte von Anfang an nicht die Absicht, in einer großen Stadt zu wohnen. Address Adresse Adresse I don't have the address with me. Ich habe die Adresse gerade nicht. Ich habe die Adresse gerade nicht. == Accent == == Akzent == == Akzent == == Akzent == == Akzent == Join several strands of lights together to frame an accent wall. Verbinde mehrere Stränge von Lichterketten, um eine Wand als Akzent zu rahmen. Lengthen Extend Verlängern 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 Can you extend your holiday by a few days? Kannst du deinen Urlaub um ein paar Tage verlängern? Nourishment Food Nahrung Nahrung Food is fuel for our bodies. Nahrung ist Kraftstoff für unseren Körper. Nahrung ist Kraftstoff für unseren Körper. Dach Nahrung Niederländisch 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 Dach is closely related to German. Niederländisch ist eng verwandt mit Deutsch Niederländisch ist eng verwandt mit Deutsch Planet 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 Perhaps the Earth is not the only planet gifted with life. Vielleicht ist die Erde nicht der einzige Planet, der mit Leben beschenkt ist. Vielleicht ist die Erde nicht der einzige Planet, der mit Leben beschenkt ist. Stress 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 How do you handle Stress? Wie gehst du mit Stress um? Supposed Supposedly Vermeintlich Everything began with a supposedly unsuccessful monitoring of a vaccine trial. Alles begann mit der vermeintlich misslungenen Kontrolle eines Impfversuches. Alles begann mit der vermeintlich misslungenen Kontrolle eines Impfversuches. Co-operate Zusammenarbeiten Zusammenarbeiten Both countries want to cooperate closely economically, culturally and in terms of foreign policy. Beide Länder wollen wirtschaftlich, kulturell und außenpolitisch eng zusammenarbeiten. Parameter Parameter Ein bearbeiteter Mac-API-Aufruf mit dem Parameter Region wird unten angezeigt. Ein bearbeiteter Mac-API-Aufruf mit dem Parameter Region wird unten angezeigt. Steep Steil Steil It's a very steep slope Da geht es sehr steil hinauf Da geht es sehr steil hinauf Da geht es sehr steil hinauf European Europäer Europäer Europeans tried to civilize the tribe. Europäer versuchten, den Stamm zu zivilisieren indigenous, native, at home heimisch The Lagrain grape is native and is mainly grown in South Tyrol. Die Lagrain traube ist heimisch und wird hauptsächlich in Südtirol angebaut. Die Lagrain traube ist heimisch und wird hauptsächlich in Südtirol angebaut. Intercultural Interkulturell Here, too, kids from different countries carry out intercultural art projects together. Kinder aus verschiedenen Ländern führen auch hier interkulturell gemeinsame Kunstprojekte durch. Peace Silence Stille Silence is strength Die Stille hat Kraft Die Stille hat Kraft Screen Monitor Bildschirm 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 The black mouse on the screen is dying. Die schwarze Maus auf dem Bildschirm liegt im Sterben Die schwarze Maus auf dem Bildschirm liegt im Sterben Catch Erwischen Erwischen We're going to catch you red-handed one day. Irgendwann erwischen wir dich in Flagranti Proton 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 und einem Elektron Ein Wasserstoffatom besteht nur aus einem Proton und einem Elektron Swiss person Schweizer Most Swiss people can speak three or four languages. Die meisten Schweizer sprechen drei oder sogar vier Sprachen. Die meisten Schweizer sprechen drei oder sogar vier Sprachen. Eerie, scary, incredible, creepy Unheimlich Unheimlich Tom eats an incredible amount Tom is unheimlich viel Tom is unheimlich viel Magnetic Magnetisch Magnetisch Customer evaluation for labeling strip, Magnetic Inkle Kundenbewertungen für Beschriftungsleiste, Magnetisch Inklusive Kundenbewertungen für Beschriftungsleiste, Magnetisch Inklusive Perform Provide Versehen Versehen We provide joint production developments with exclusive rights Gemeinsame Produktentwicklungen versehen wir mit Exklusivrechten Gemeinsame Produktentwicklungen versehen wir mit Exklusivrechten Participation Beteiligung Beteiligung The participation was low Die Beteiligung war schwach Die Beteiligung war schwach Die Beteiligung war schwach In diesem Frühjahr schloss Nam die Gasreinigungsanlage in Emmen. Der rote Hut passt gut zu Ihrem Kleid. Das Fernsehen ist ein sehr wichtiges Medium zur Informationsvermittlung. Commitment. Obligation. Verpflichtung. Verpflichtung. In the absence of a legal obligation, no data protection officer is currently appointed. Mangels gesetzlicher Verpflichtung ist derzeit kein Datenschutzbeauftragter bestellt. Department. Abteilung. Abteilung. The medical department is located in still another, new building. Die medizinische Abteilung befindet sich heute in einem Neubau. Alternatively. Alternativ. Alternativ. You can give us a call at any of our offices. Alternativ können Sie in einer unserer Büros anrufen. Noon. Midday. Mittag. Mittag. We already knew by midday yesterday that Mr. Rugova and Mr. Milosevic intend to meet tomorrow. Gestern Mittag wussten wir schon, dass Herr Rugova und Herr Milosevic sich morgen treffen wollen. Deal. Befassen. Befassen. Anhand der Ausstellung befassen wir uns mit unserer Wahrnehmung. Anhand der Ausstellung befassen wir uns mit unserer Wahrnehmung. Final. Finals. Finale. Finale. That's why we are taking off with the great final of our birthday party on Saturday noon. Deshalb läuten wir am Samstagmittag das große Finale unserer Geburtstagsfeier ein. Grant. Give. mir ein princeton. ееhr- Mahler. KÖNNTESTUMIER EINEN RABATT GEWEHREN. Könntest du mir einen Rabatt gewähren? Testify Aussagen I'm supposed to testify today, Carter. Ich sollte heute aussagen, Carter. Ich sollte heute aussagen, Carter. Tendency Trend Inclination Tendenz Tendenz We can expect this trend to continue. Man kann damit rechnen, dass sich diese Tendenz fortsetzt. Terrorist 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 starb auf der Stelle Ever Jemals Jemals Nobody has ever loved him Niemand hat ihn jemals geliebt Niemand hat ihn jemals geliebt Grandpa Opa Today grandma and grandpa came for a visit. Heute Oma und Opa zu Besuch Heute Oma und Opa zu Besuch Unemployed Arbeitslos Arbeitslos Since then, he was unemployed and lived a secluded life in his mother's household. Seither war er arbeitslos und lebte zurückgezogen im Haushalt seiner Mutter. Evaluation Analysis Dies ist eine besondere Erleichterung und beschleunigt die Auswertung erheblich. Das Gras muss mal geschnitten werden. Logisch 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 The scenario of the collective stage is explained to us logical and comprehensible. Das Szenario der kollektiven Bühne wird uns logisch und nachvollziehbar erklärt. Successor Nachfolger 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 Two is the only prime whose successor is prime. Zwei ist die einzige Primzahl, deren Nachfolger eine Primzahl ist. Zwei ist die einzige Primzahl, deren Nachfolger eine Primzahl ist. Lange konnte man echt verzweifeln an Microsoft. Sie bewältigen riesige Datenmengen und unterstützen zahlreiche Dienste. Emotion Reden Sie über ihn mit derselben Emotion. Poverty Die Armut hinderte ihn daran, zur Schule zu gehen. Australia Australien Australien Australia is the world's fifth largest coal producer. Australien ist der fünftgrößte Kohlenproduzent der Welt. Complain Klagen Farmers always complain about the weather. Bauern klagen immer über das Wetter. Pity Schade 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 What a pity she can't come. Es ist schade, dass er nicht kommen kann. Es ist schade, dass er nicht kommen kann. Disk Slice Pain Scheibe Tom ate one slice of Swiss cheese Tom aß eine Scheibe Schweizer Käse Tom aß eine Scheibe Schweizer Käse Remain Stay Agree Verbleiben Verbleiben Seventy percent of German betting stakes currently remain in the unregulated market. Siebzig Prozent der deutschen Wetteinsätze verbleiben derzeit im unregulierten Markt. Siebzig Prozent der deutschen Wetteinsätze verbleiben derzeit im unregulierten Markt. Contradiction Dissent Widerspruch Widerspruch The contradiction was obvious. Der Widerspruch war offensichtlich Widerspruch Stand there. Be in a position. Dastehen Dastehen You have only to stand there doing nothing. Du musst nur dastehen und nichts tun. Nervous 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 It makes me nervous Das macht mich nervös Das macht mich nervös Rule, govern Regieren Kittens rule the world Kätzchen regieren die Welt Kätzchen regieren die Welt Director Regisseur Regisseur I think that a director has to be a psychoanalyst Meiner Ansicht nach muss ein Regisseur ein psychoanalystiker sein Meiner Ansicht nach muss ein Regisseur ein psychoanalystiker sein Sweet Süß Sweet dreams Träum süß Villa 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 Who owns this villa? Wem gehört diese Villa? Wem gehört diese Villa? Sore Hurt Weh Weh I'm going to hurt you Ich werde dir wehtun Ich werde dir wehtun Ich werde dir wehtun Dismiss Fire Entlassen Entlassen First of all We must dismiss the cook Zuerst müssen wir den Koch entlassen Zuerst müssen wir den Koch entlassen Press Presse 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 The press confirmed the rumors Die presse bestätigte die Gerüchte Die presse bestätigte die Gerüchte Mit With what Womit 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 How and with what we support sports companies How and with what we support sports companies How and with what we support sports companies Vote Coordinate Abstimmen Abstimmen Instead of getting these pencil pushers, let the people themselves vote and decide Statt dieser Schreibtischtäter sollten die Leute selbst abstimmen und entscheiden Fair 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 As an employer, Lindström is fair and responsible Als Arbeitgeber ist Lindström fair und verantwortungsvoll Als Arbeitgeber ist Lindström fair und verantwortungsvoll Outstanding Hervorragend 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 It combines two outstanding companies that are an excellent fit for one another Sie verbindet zwei herausragende Unternehmen, die hervorragend zueinander passen Extensive Umfangreich Umfangreich And very extensive, overall, everything was taken care of Und sehr umfangreich, insgesamt war alles gesorgt European EZB 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 The ECB has to answer oral and written questions by the European Parliament EZB 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 muss schriftliche und mündliche Fragen des Europaparlamentes beantworten Infrastructure Infrastruktur We appreciate the state-of-the-art infrastructure and the proximity of other high-tech companies �B EZB 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 European EZB Since then, Phelps has thus become a competitor for his former sponsor. Phelps ist inzwischen also Konkurrent seines einstigen Sponsors. Party We have a party this evening. Wir geben eine Party heute Abend. Wavelength Wellenlänge Wellenlänge The wavelength of the laser radiation is determined by their special energy level. Durch ihr spezielles Energieniveau wird die Wellenlänge der Laserstrahlung bestimmt. Pendant Supporter Trailer Anhänger 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 Can be used as a keychain, pendant or chain. Verwendet werden kann als Schlüsselanhänger, Anhänger oder Kette Verwendet werden kann als Schlüsselanhänger, Anhänger oder Kette Operational Betrieblich 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 It will be made operational by the local Eikstron Team Sie wird betrieblich vom lokalen Eikstron Team gemacht Financing Finanzierung Finanzierung We will accompany you individually and personally through all the financing steps. Wir begleiten Sie im Rahmen der Finanzierung individuell und persönlich. Wir begleiten Sie im Rahmen der Finanzierung individuell und persönlich. Inflation 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 The inflation issue split the party Die uneinigkeit über die Inflation teilte die Partei Die uneinigkeit über die Inflation teilte die Partei Mumble Mutter Murmeln Murmeln Perhaps that is why we mumble so much Vielleicht murmeln wir deshalb so viel Platform Platform The platform runs smoothly and looks to be highly scalable, commented the founder. Die Plattform arbeite reibungslos und zeuge von einer hohen Skalierbarkeit, so der Gründer. Dominate Dominieren 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 In the case of banks, regulatory provisions dominate the investment decision. Dominate 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 Du musst einräumen, du spielst einen Part. Du musst einräumen, du spielst einen Part. Emphasize. Turn. herausstellen. Today, I would like to emphasize one typical aspect of his spirituality. Es gibt einen typischen Aspekt seiner Spiritualität, den ich heute besonders herausstellen möchte. Es gibt einen typischen Aspekt seiner Spiritualität, den ich heute besonders herausstellen möchte. Close. Kleidung. Kleidung. He gave us clothes and money as well. Er gab uns Kleidung, und darüber hinaus auch noch Geld. Er gab uns Kleidung, und darüber hinaus auch noch Geld. We always unite two allegedly opposing points of view. Wir vereinen stets zwei vermeintlich gegensätzliche Sichtweisen. Wir vereinen stets zwei vermeintlich gegensätzliche Sichtweisen. Bundesrat 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 Bills adopted by the Bundesrat are first forwarded to the federal government. Die vom Bundesrat beschlossenen Gesetzentwürfe werden zunächst der Bundesregierung zugeleitet. Die vom Bundesrat beschlossenen Gesetzentwürfe werden zunächst der Bundesregierung zugeleitet. Break off. Stop. I can comment on a video or stop it and watch something else. Ich kann kommentieren, abbrechen oder etwas anders gucken. Ich kann kommentieren, abbrechen oder etwas anders gucken. Enlightenment. Solution Aufklärung Aufklärung Enlightenment is man's leaving his self-imposed immaturity. Aufklärung Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Get by. Get on. Manage. Auskommen Auskommen So you've got to live without me till the beginning of August. Ihr müsst also bis Anfang August ohne mich auskommen. Conceivable Denkbar This list is not exhaustive, and other corporate structures are conceivable. Die Auflistung ist nicht abschließend und andere Konstellationen sind denkbar. Television Fernseher Fernseher Ich habe einen Fernseher in meinem Zimmer. Italian Italiener Gibt es wirklich den durchschnittlichen Italiener? Lack Be missing Mangeln Mangeln Sollte es dir an Fantasie mangeln, dann übernehme ich diesen Teil. Sollte es dir an Fantasie mangeln, dann übernehme ich diesen Teil. Beauty Schönheit 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 Beauty isn't important. Schönheit ist nicht wichtig Schönheit ist nicht wichtig Use Process Assimilate Verarbeiten Verarbeiten We process nearly 250.000 m² of Glas every year. Jährlich verarbeiten wir knapp 250.000 qm Glas. Jährlich verarbeiten wir knapp 250.000 qm Glas. Announce Verkünden Verkünden The mayor will shortly announce his decision to resign. Der Bürgermeister wird in Kürze seinen Rücktritt verkünden. Denmark Dänemark Denmark 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 Rich, poor, and everyone in between. Reich, arm und alles dazwischen Bored. Get in. Einsteigen. Einsteigen. There's a warning on the London Underground to mind the gap when boarding. In der Londoner U-Bahn gibt es beim Einsteigen eine Warnung, Vorsicht-Lücke. Tibet 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 But the East Tyrolean Tibet is a lot easier to get to. Webseite Webseite Every website has a unique address. Jede Webseite hat eine eindeutige Adresse. Jede Webseite hat eine eindeutige Adresse. Kontradikt Widersprechen Widersprechen By doing so, you also contradict the data processing within the scope of the newsletter. Damit widersprechen Sie auch der Datenverarbeitung im Rahmen des Newsletters. Owner Besitzer Besitzer I'm the owner of this restaurant. Ich bin der Besitzer dieses Restaurants. Ich bin der Besitzer dieses Restaurants. Japanese Japanisch 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 Japanese is our mother tongue. Japanisch ist unsere Muttersprache Japanisch ist unsere Muttersprache Annoy Ärgern Spelling Mistakes really annoy me. Rechtschreibfehler ärgern mich wirklich. Personality Celebrity Persönlichkeit Persönlichkeit I like her personality Ich mag ihre Persönlichkeit Troops Unit Truppe Truppe That captain handles his troops well. Der Hauptmann behandelt seine Truppe gut Explicitly Explicit Expressly Ausdrücklich 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 Fines are expressly intended to have a deterrent effect in the future. Bußgelder Bußgelder sollen künftig ausdrücklich abschreckende Wirkung haben Bußgelder sollen künftig ausdrücklich abschreckende Wirkung haben Opinion Assessment Einschätzung Einschätzung Based on this assessment, Schindler has decided to take additional measures. Anzeichen Angesichts dieser Einschätzung wurde beschlossen, zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen. Angesichts dieser Einschätzung wurde beschlossen, zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen. Funktional Funktionell Funktionell The kitchen is functional and completely outfitted for cooks of all kinds. Die Küche ist sehr funktionell und komplett ausgestattet. Die Küche ist sehr funktionell und komplett ausgestattet. Fabric Tissue Gewebe Gewebe Hoffentlich finden wir eine mit menschlichem Gewebe dran. Hoffentlich finden wir eine mit menschlichem Gewebe dran. Result Resultat Resultat The result was of little significance Das Resultat war sehr bescheiden Relative Verwandte Verwandte Many relatives came to the confirmation. Zur Konfirmation kamen viele Verwandte Zur Konfirmation kamen viele Verwandte Order Anordnung Anordnung By official order, she was required to vacate her basement apartment. Auf amtliche Anordnung muss sie ihre Wohnung im Untergeschoss räumen. Auf amtliche Anordnung muss sie ihre Wohnung im Untergeschoss räumen. Aufwachen Wake up Aufwachen Aufwachen Hey, sleepyhead, wake up E. Schlafmütze, aufwachen E. Schlafmütze, aufwachen Cash register Checkout Kasse Kasse Ausfall des Internets Die Kasse funktioniert auch bei Ausfall des Internets. Debt Schulden Our debt is more than we can pay Unsere Schulden sind mehr, als wir zahlen können View Hinblick Hinblick But only with a view to general cultivation and amusement. Aber das alles ausschließlich mit Hinblick auf die Allgemeinbildung und zum Zeitvertreib Aber das alles ausschließlich mit Hinblick auf die Allgemeinbildung und zum Zeitvertreib Ich will meinen Eltern nicht mehr zur Last fallen Ich will meinen Eltern nicht mehr zur Last fallen Home At home Zuhause Zuhause Staying at home is not a pleasant thing Zuhause bleiben ist keine angenehme Sache Zuhause bleiben ist keine angenehme Sache Uniform Standardized Einheitlich Einheitlich Die Lokomotiven und Gepäcktriebwagen sind seither einheitlich rot gestrichen Die Lokomotiven und Gepäcktriebwagen sind seither einheitlich rot gestrichen DES dotterادlich begitu Die Lokomotiven und Gepäckt RV nur 15 Minuten NUR 15 var NUR 15 Minuten Überschreiten PDF-Dateien überschreiten häufig die für einen Druckprozess benötigte Gesamtfarbdeckung. Version Version Do you have the latest version? Hast du die aktuelle Version? Tongue Zunge Die Zunge hat keine Knochen, aber sie ist stark genug, um Herzen zu brechen. Dänisch Teilen Sie die Aussprache von Eu bei Dänisch Invitation Ich lehnte seine Einladung zum Abendessen ab Multitude Vielzahl Vielzahl Er überrascht durch die Vielzahl regional unterschiedlicher Konstruktionsdetails und Schmuckelemente Er überrascht durch die Vielzahl regional unterschiedlicher Konstruktionsdetails und Schmuckelemente Employer Arbeitgeber Arbeitgeber His employer dismissed him yesterday Sein Arbeitgeber hat ihn gestern entlassen Höhle 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 Das Wasser in der Höhle schimmert geheimnisvoll blau Gap Lücke 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 Please mind the gap between the train and the platform Bitte Beachten Sie die Lücke zwischen Zug- und Bahnsteigkante Bitte Beachten Sie die Lücke zwischen Zug- und Bahnsteigkante Repeatedly Mehrmals Mehrmals Race conditions can arise when the same request is sent repeatedly or when independent processes interfere with each other Race-Bedingungen können auftreten, wenn dieselbe Anfrage mehrmals gesendet wird oder wenn sich unabhängige Prozesse gegenseitig beeinträchtigen Subjective Subjektiv 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 langwierig und unpräzise Viele Methoden sind subjektiv, langwierig und unpräzise Unpleasant Unangenehm Unangenehm Er hatte eine unangenehm kreischende Stimme Economic Forum Wirtschaftsforum Wirtschaftsforum The German-Angolan Economic Forum serves as a contact point for business people from both countries. Das Deutsch-Angolanische Wirtschaftsforum dient als Kontaktbörse für Unternehmer beider Länder. Matter Affair Angelegenheit Angelegenheit Ich werde die Angelegenheit auf mich nehmen. Ich werde die Angelegenheit auf mich nehmen. Charakteristik Charakteristisch Es ist jedoch charakteristisch für die Produktionsdauer. Es ist jedoch charakteristisch für die Produktionsdauer. Income Receipts Revenue Einnahmen Die Einnahmen der US-Regierung stammen hauptsächlich aus Einkommenssteuern. Die Einnahmen der US-Regierung stammen hauptsächlich aus Einkommenssteuern. Islam 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 Islamism is a world religion that is accessible to all. Der Islam ist eine Welt religion, die für alle Menschen offen ist. Be based on Basieren Die Klausurfragen basieren auf der zweisemestrigen Vorlesung zur Entwicklungspsychologie. Die Klausurfragen basieren auf der zweisemestrigen Vorlesung zur Entwicklungspsychologie. Ich gehe gerne in diesem Laden einkaufen. Eintragen 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 Enter User Details, Mobile Number and specify a PIN. Benutzerdaten eintragen, Mobilnummer angeben und PIN festlegen. Benutzerdaten eintragen, Mobilnummer angeben und PIN festlegen. und PIN festlegen. == Lecture == Vortrag Vortrag His lecture had a large audience. Sein Vortrag hatte ein großes Publikum. Tent Zelt They pitched their tent on the beach. Sie schlugen ihr Zelt auf dem Strand auf. Put together. Assemble Zusammensetzen Assembling a piece of furniture into a single hole Ein Möbelstück zu einem ganzen Zusammensetzen Ein Möbelstück zu einem ganzen Zusammensetzen Thank Bedanken 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 I would like to heartily thank for the hospitality Jubi. Ich möchte herzlich für die Gastfreundschaft bedanken Jubi. Ich möchte herzlich für die Gastfreundschaft bedanken Jubi. === Glasses === Brille Brille Where are my glasses? Wo ist meine Brille? Wo ist meine Brille? Wo ist meine Brille? Collection Sammlung 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 What a collection! Was für eine Sammlung! Close. Lock Verschließen Verschließen Unsere Handfesseln Mit elektronischem Zeitschloss Bis zu vier Tage verschließen unsere Handfesseln mit elektronischem Zeitschloss Sketch. Design. Draft. Entwurf. Entwurf. This is the rough draft of the peace treaty. Dies ist ein Entwurf des Friedensvertrages. Since then. Seither. Since then Haugen has worked as a freelance writer. Seither arbeitet Haugen als freier Schriftsteller. Announce. Ansagen. Ansagen. In order to announce the end of the game, a player needs only have scored four times. Um das Spielende ansagen zu können, benötigt der Spieler mindestens vier Wertungen. Inhibit. Hinder. Hemmen. Hemmen. Individuell eingestellte Impulse hemmen daraufhin die Schmerzweiterleitung zum Gehirn. Intelligenz. 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 Wie viel wissen Sie über künstliche Intelligenz? Vertical. Senkrecht. Senkrecht. A few areas of the Peterluend are vertical or slightly inclined. Einige wenige Wandbereiche sind senkrecht oder leicht geneigt. Einige wenige Wandbereiche sind senkrecht oder leicht geneigt. Penetrate. Get through. Dringen. 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 Extremely low frequency magnetic fields penetrate the body practically without hindrance. Niederfrequente Magnetfelder dringen praktisch ungehindert in den Körper ein. Migrant. 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 One in four immigrants does not finish school. Jeder vierte Migrant hat keinen Schulabschluss. Jeder vierte Migrant hat keinen Schulabschluss. Try. Probieren. Probieren. They try the rice. Sie probieren den Reis. Sie probieren den Reis. Sie probieren den Reis. Tournament. Turnier. Turnier. Play a new tournament every week and win prizes. Spiele jede Woche in einem neuen Turnier- und Gewinnpreisgeld Spiele jede Woche in einem neuen Turnier- und Gewinnpreisgeld Provide Verschaffen Verschaffen White Papers verschaffen dem Leser einen Überblick zum Thema National Economy Volkswirtschaft Steel is one of the pillar industries of the national economy Stahl ist eine der Säulen-Industrien der Volkswirtschaft Stahl ist eine der Säulen-Industrien der Volkswirtschaft Edit Work on Bearbeiten Bearbeiten Click here to edit the sentence Zum Bearbeiten des Satzes hier klicken Flexible 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 Für einige Anwendungen ist das Verfahren der speicherindirekten Adressierung nicht flexibel genug Für einige Anwendungen ist das Verfahren der speicherindirekten Adressierung nicht flexibel genug Der Grund hierfür liegt auf der Hand Der Grund hierfür liegt auf der Hand Mobil 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 Can be bad mobile drawing at the lake Can schlecht mobil am See zeichnen Can schlecht mobil am See zeichnen Can schlecht mobil am See zeichnen Translator Übersetzer Übersetzer Are you a translator? Bist du Übersetzer? 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 Which? Wodurch? Wodurch? Plant operators save energy, which reduces operating costs and CO2 emissions Anlagenbetreiber sparen Energie, wodurch die Betriebskosten und CO2-Emissionen sinken Anlagenbetreiber sparen Energie, wodurch die Betriebskosten und CO2-Emissionen sinken Promise Accept Zusagen Zusagen Later on, during the healing prayer, Father James will promise me exactly that Letter Buchstabe Buchstabe In German, one letter can correspond to several sounds Ein Buchstabe kann im Deutschen mehreren Lauten entsprechen Ein Buchstabe kann im Deutschen mehreren Lauten entsprechen O. Have S.B. to thank for S.T.H. Verdanken Verdanken To whom do we owe the discovery of Penicillin? Wem haben wir die Entdeckung des Penicillins zu verdanken? Wem haben wir die Entdeckung des Penicillins zu verdanken? 40 40 40 40 40 This book contains 40 photographs Dieses Buch enthält 40 Fotografien Dieses Buch enthält 40 Fotografien Foreground Vordergrund Vordergrund 7 SDI Inputs and Loopouts for Background, Foreground etc. 7 SDI Eingänge mit Durchschleifung für Hintergrund, Vordergrund etc. 7 SDI Eingänge mit Durchschleifung für Hintergrund, Vordergrund etc. Stimulus Appeal Reiz 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 The appeal of a solitary life is strictly a personal choice. Der Reiz eines einsamen Lebens ist eine persönliche Entscheidung Comprehensible Comprehensible Verständlich Design is there to attract attention and make content comprehensible. Gestaltung soll Aufmerksamkeit erzeugen und Inhalte verständlich machen. ELECTION CAMPAIGN Wahlkampf Wahlkampf At the beginning of the election campaign, the US administration even added to pressure. Im beginnenden Wahlkampf erhöhte die US-Regierung weiter den Druck. Liquid Kandierter Honig wird in einem Wasserbad flüssig vorgelöst. Sturm 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 After the storm, it was calm. Nach dem Sturm kam die Ruhe Nach dem Sturm kam die Ruhe Nach dem Sturm kam die Ruhe Player Actor Ackteur 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 That should be associated with the actor on the use case diagram. Diese sollte mit dem Akteur im Anwendungsfalldiagram verknüpft sein. Diese sollte mit dem Akteur im Anwendungsfalldiagram verknüpft sein. Take from Remove Withdraw Entnehmen Entnehmen Remove protective transparent film and take out scent bags Transparente Schutzfolie entfernen und Säckchen entnehmen Clear Räumen Make sure that runways clear, and declare an emergency. Die Landebahn räumen und Sofortalarm ausrufen Die Landebahn räumen und Sofortalarm ausrufen Die Landebahn räumen und Sofortalarm ausrufen Konsequent, sachlich aber zugleich menschlich Sehr korrekt und konsequent, sachlich aber zugleich menschlich Fight Combat Bekämpfen Everybody wants to fight against AFD and the new right, nobody knows how. Alle wollen AFD und neue Rechte bekämpfen, keiner weiß wie. Alle wollen AFD und neue Rechte bekämpfen, keiner weiß wie. Salary Meaning Contents Gehalt Gehalt Who pays your salary? Wer zahlt dir dein Gehalt? Wer zahlt dir dein Gehalt? Meanwhile Indes Indes Egypt's Coptic Community is meanwhile attempting to limit the damage. Egypt's Copten versuchen indes den Schaden zu begrenzen. Egypt's Copten versuchen indes den Schaden zu begrenzen. Motto 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 Our motto is to make your holidays unforgettable. Motto 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 – Philosophie – Philosophie – Philosophie – Philosophie is often regarded as difficult. – Philosophie betrachtet man oft als etwas Schwieriges. – Philosophie betrachtet man oft als etwas Schwieriges. – Channel – Station – Sender – Don't change the channel – Nicht den Sender wechseln – Nicht den Sender wechseln Mit Ihrem Talent sollten Sie in der Lage sein, viel Geld zu verdienen. Pferdreit-Möglichkeit ohne Extra-Kosten auch für Anfänger. 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 Pferdreit-Möglichkeit ohne Jazz muss G 근 lower undtreib'n oft viele Grac conditioning, Quite interesting. Eat. Fressen. Modern catse don't eat rats. Moderne Katzen fressen keine Ratten Complaint. Lawsuit Klage Klage I would lodge a complaint. Ich möchte Klage einreichen. Ich möchte Klage einreichen. Initially, at first. Anfangs Es war viel schlimmer, als wir anfangs dachten. Advice. Discussion. Consultation. Beratung. Appointments and advice is provided separately by specially trained personnel. Terminvergabe und Beratung erfolgt über speziell geschultes Personal. Design. Organisation. Gestaltung. Gestaltung. Therefore, the design has to be seceded entirely from fixed formats. Die Gestaltung ist daher vollkommen von starren Formaten zu trennen. Die Gestaltung ist daher vollkommen von starren Formaten zu trennen. Catholic. Katholisch. Katholisch. Tom was raised Catholic. Tom wurde katholisch erzogen. Tom wurde katholisch erzogen. Strange. Merkwürdig. It does indeed, to us, seem strange in many aspects. Es erscheint uns tatsächlich merkwürdig in vielen Aspekten. Cover. Bedecken. Bedecken. Cover the seeds with a little earth. Bedecken Sie die Samen mit ein bisschen Erde. Bedecken Sie die Samen mit ein bisschen Erde. Kale. Kuh. 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 Our cow does not give milk to us. Unsere Kuh gibt uns keine Milch. Tie. Link. Combine. Verknüpfen. 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 If this is the case, we link these details to your account automatically. Sollte dies zutreffen, verknüpfen wir diese Daten automatisch mit Ihrem Account. Action. Approach. Vorgehen. Vorgehen. Vom Gesetz her ist das Vorgehen fragwürdig. Vom Gesetz her ist das Vorgehen fragwürdig. Over there. Drüben. Drüben. I saw them over there a while ago. Ich habe sie vorhin dort drüben gesehen. Shoot. Erschießen. 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 Ich musste mein Pferd erschießen, weil es große Schmerzen hatte. User. Nutzer. Nutzer. Users will see group chat conversations based on their user group memberships. Nutzer sehen Gruppenkonversationen entsprechend ihrer Gruppenzugehörigkeit. Stability. Stabilität. First of all, internal political stability has been provided. Zuallererst ist innere politische Stabilität gesichert worden. Reduce. Verringern. Verringern. At the same time, you enormously reduce the time required by your IT staff for standard tasks. Gleichzeitig verringern sie den Zeithaufwand ihrer IT-Mitarbeiter für standardtätigkeiten enorm. Legal. Juridical. Juristisch. Juristisch. Excellent image material, which can be legally used without hesitation. Gutes Bildmaterial. Gutes Bildmaterial, das juristisch bedenkenlos eingesetzt werden darf. Bin Bach der five-steils чи Eventually aroundern die Hand auf dem Dagell getrunken. fossió öffentliche есть dishonest可是rt挺 random. Buffahl. Buffahl. 내가谁 ponersella're not unple hinterher. Buffahl. candidjud paths on the right hand. Buffah. Buffahl. Buffer. Buffahl. Buff. Buffah. Buffahl. Buffah. Buff. Buffah. Es bedarf jedoch keiner Anstrengung sondern einer Entscheidung Ich habe mich entschlossen, dieses Problem anzugehen, weil ich natürlich Nationalsozialist Ich habe mich entschlossen, dieses Problem anzugehen, weil ich natürlich Nationalsozialist war Justify Rechtfertigen Rechtfertigen Wie kannst du dein Verhalten rechtfertigen? Wie kannst du dein Verhalten rechtfertigen? Quotation Quote Zitat Zitat It's a quote from a book Es ist ein Zitat aus einem Buch Adaptation Anpassung 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 ist der Schlüssel zum Überleben Broken Ruined Kaputt Kaputt The printer in Peter's office is broken and doesn't print anymore Der Drucker im Büro von Peter ist kaputt und druckt nicht mehr Der Drucker im Büro von Peter ist kaputt und druckt nicht mehr Humanity Menschheit Menschheit Humanity has to understand itself as part of the planetary ecological system Die Menschheit muss sich als Teil des planetarischen Ökosystems begreifen Note Chris got a very nice grade on that difficult homework assignment Chris bekam eine ausgezeichnete Note für die schwierige Hausaufgabe Chris bekam eine ausgezeichnete Note für die schwierige Hausaufgabe Sie gab ein Seufzen der Erleichterung von sich Habe Achtung vor Älteren Ausgleichen Ausgleichen We must make up for the loss Wir müssen den Verlust ausgleichen Wir müssen den Verlust ausgleichen Pilot 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 I want to be a pilot in the future ich möchte, wenn möglich, einmal Pilot werden ich möchte, wenn möglich, einmal Pilot werden agreement Vereinbarung 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 Beach agreement at 20 meters from us Strand Vereinbarung in 20 metern von uns Strand Vereinbarung in 20 metern von uns Strand Vereinbarung in 20 metern von uns Aufbrechen 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 We'll leave in an hour Ich möchte in einer Stunde aufbrechen Ich möchte in einer Stunde aufbrechen Labor 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 This laboratory is equipped with the latest computers days ge SaaS Dieses Labor ist mit den aktuellsten Rechnern ausgestattet đây es labor ist mit den aktuellsten Rechnern ausgestattet kostes Das heißt, dass Schmerzen eine Verletzung oder eine irgendwie geartete körperliche Beeinträchtigung voraussetzen. Diverse – Various – Divers – Divers – A range of cars is diverse and supplemented on a daily basis. Unser Angebot ist divers und wird täglich aufgefüllt. Unser Angebot ist divers und wird täglich aufgefüllt Highlight, Peak Höhepunkt This was the highlight of my day Das war der Höhepunkt meines Tages Das war der Höhepunkt meines Tages Meadow Wiese Wiese I drove back there with the people, over the meadow into the grain Ich bin mit den Leuten da hinten über die Wiese ins Korn gefahren Ich bin mit den Leuten da hinten über die Wiese ins Korn gefahren Recognition Anerkennung 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 der Arbeitsstunden gemäß dem Gesetz Anerkennung der Arbeitsstunden gemäß dem Gesetz Distinct Pronounced Remarkable Ausgeprägt Ausgeprägt This should be properly pronounced, especially in the heel area Diese sollte vor allem im Fersenbereich ordentlich ausgeprägt sein Expressway Motorway Autobahn Autobahn Neben der Mautpflichtigen Autobahn können auch Landstraßen genutzt werden Die Ablehnungen der Bundesagentur ähneln sich in Formulierung und Begründung Die Ablehnungen der Bundesagentur ähneln sich in Formulierung und Begründung Consideration Berücksichtigung Berücksichtigung Further consideration of the user for further positions is then not possible Eine weitere Berücksichtigung des Nutzers für weitere Stellen ist dann nicht möglich Eine weitere Berücksichtigung des Nutzers für weitere Stellen ist dann nicht möglich Accordingly Dementsprechend Dementsprechend Der Stromverbrauch stieg natürlich dementsprechend an Der Stromverbrauch stieg natürlich dementsprechend an Fright Shock Schreck Schreck Have you recovered from the shock? Hast du dich schon vom Schreck erholt? 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 Connection Anschluss Fixed it is in connection with a screw, whereby the use is already completed. Fixiert wird es im Anschluss über eine Schraube, womit der Einsatz bereits abgeschlossen ist. Fixiert wird es im Anschluss über eine Schraube, womit der Einsatz bereits abgeschlossen ist. Entziehen Entziehen But they can withdraw their goodwill at any time. Aber sie können jederzeit ihre Gunst entziehen Reduction Reduktion Reduktion No memory effect, highly efficient charge any time, no reduction of capacity. Kein memory effect, hocheffiziente Ladung jederzeit, keine Reduktion von Kapazität. Pig Schwein Schwein The pig is pink Das Schwein ist rosa Das Schwein ist rosa Complex Technische Sprachen sind häufig komplex und schwer verständlich. Provided that if Sofern Sofern If not otherwise requested your order will be shipped by Standard Shipping Sofern nicht anders gewünscht wird ihre Bestellung per Standard Versand verschickt Sofern nicht anders gewünscht wird ihre Bestellung per Standard Versand verschickt Aim at Strive Aspire to Anstreben Anstreben Accommodations are what all B&Bs should strive for Unterkünfte sind das, was alle B&B anstreben sollten Unterkünfte sind das, was alle B&B anstreben sollten Beklagen 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 Many wives complain about high prices Viele Hausfrauen beklagen sich, dass die Preise hoch seien Unite Agree Einigen Einigen I agree with you to a certain extent In einigen Punkten stimme ich dir zu In einigen Punkten stimme ich dir zu Friendship Freundschaft Freundschaft Their friendship gradually turned into love Aus ihrer Freundschaft wurde schnell Liebe Aus ihrer Freundschaft wurde schnell Liebe Hut Cabin Hütte 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 There is a hut below the bridge Unter der Brücke gibt es eine Hütte Unter der Brücke gibt es eine Hütte Unter der Brücke gibt es eine Hütte Coat Mantel 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 Keep your coat on Behalte deinen Mantel an Behalte deinen Mantel an Behalte deinen Mantel an Prognosis Forecast Prognose 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 Adjustment of the forecast 2008 in the light of a significant deterioration of market conditions Anpassung der Prognose 2008 aufgrund deutlich verschlechterter Rahmenbedingungen Anpassung der Prognose 2008 aufgrund deutlich verschlechterter Rahmenbedingungen Belonging Corresponding Zugehörig 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 Gardens, Terraces and Balconies all belonging to the apartments Gärten, Terrassen und Balkone den Wohnungen zugehörig Analytic Analytisch Analytisch I grew skeptical as I matured and very analytical Ich wurde sehr misstrauisch und analytisch Ich wurde sehr misstrauisch und analytisch Request Anliegen Anliegen Please contact us, we will be delighted to evaluate your request Contactieren Sie uns, Ihr Anliegen interessiert uns Loose Relaxed Locker Locker That guy has a screw loose Bei dem Typ ist eine Schraube locker Bei dem Typ ist eine Schraube locker Bei dem Typ ist eine Schraube locker Other Sonstig Sonstig Are the heart rate signals unusually high or otherwise abnormal? Sind die Herzfrequenz-Signale ungewöhnlich hoch oder sonstig anormal? Wait! Wait out! Abwarten 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 You'll have to wait and see what happens Sie müssen abwarten, was passiert Sie müssen abwarten, was passiert Bitter 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 Their taste is very slightly bitter and yet sweet at the same time Sie schmecken Sie schmecken ganz leicht bitter and gleichzeitig süßlich Sie schmecken ganz leicht bitter and gleichzeitig süßlich Bitter 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 Davon sind über 5.000 permanent ausgestellt. Aktuell hat das Museum etwa 400.000 Ausstellungsstücke. Davon sind über 5.000 permanent ausgestellt. Agreement Abkommen Abkommen When was the agreement ratified? Wann wurde das Abkommen ratifiziert? Vote. Coordination Abstimmung Abstimmung Deshalb stelle ich den Verordnungsvorschlag zur Abstimmung Taste Geschmack Geschmack This is the taste of victory. Das ist der Geschmack des Sieges Das ist der Geschmack des Sieges Follow Succeed Following Subsequently Nachfolgen 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 Bend Bend Lean Neigen Neigen Vehicles tend to understeer when turning into and moving through bends. Pension Retirement Rente His pension is only enough for basic staple food. Seine Rente reiche nur für Grundnahrungsmittel Taxi 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 I couldn't find a taxi last night Ich konnte gestern Abend kein Taxi finden Ich konnte gestern Abend kein Taxi finden Es tut mir leid. Ich weiß, was ich vorhin gesagt habe, aber vergiss es. Es tut mir leid. Ich weiß, was ich vorhin gesagt habe, aber vergiss es. Es tut mir leid. Ich weiß, was ich vorhin gesagt habe, aber vergiss es. Es tut mir leid. Ich muss mich bei dir. Ich weiß, was ich vorhin gesagt habe, aber vergiss es. Halt 금 Dei Deine Deine Dios Deine Er Deine E D Vielen Dank.